Facebook ist und bleibt die meistgenutzte Social-Media-Plattform mit über 2,91 Milliarden Usern und damit steht Facebook sogar über YouTube. Und welche Möglichkeiten Facebook einem bietet, um auf dieser Plattform Geld zu verdienen, diese werde ich euch heute einmal vorstellen. Let's go! Möglichkeit Nummer 1, Facebook Marketplace. Und diesen könnt ihr erreichen, wenn ihr euch auf Facebook völlig kostenlos ein Konto erstellt habt. Marketplace, ihr eure eigenen Produkte verkaufen. Das können zum Beispiel physische Produkte sein, die ihr in eurem Keller stehen habt und nicht mehr benötigt. Dann könnt ihr die auf den Marktplatz stellen, dass sie sich dann auch verkaufen. Anders wiederum kann es natürlich eine Dienstleistung sein. Also falls ihr ein eigenes Unternehmen haben solltet oder vielleicht eine gewisse Dienstleistung anbietet, könnt ihr das auf dem Facebook Marketplace natürlich auch einstellen. Oben rechts könnt ihr euren Ort einstellen. Also in meinem Fall habe ich jetzt hier Stuttgart ausgewählt als Standort im Umkreis von, sagen wir jetzt einfach mal hier 20 Kilometer. Klicke auf Anwenden und schon kommen jetzt hier alle Angebote raus, die es auf dem Marktplatz aktuell gibt im Umkreis von Stuttgart. So und ich kann jetzt natürlich, wenn ich hier etwas gewisses suche als Kunde, hier links auf der Seite unter vielen verschiedenen Kategorien eine Suche ausführen. Also zum Beispiel suche ich aktuell, sagen wir einfach mal, ein Smartphone. Dann gehe ich hier auf Elektronik und kann dann hier unter der Kategorie Elektronik einfach mal das gewisse Smartphone eingeben und hier auch noch einen gewissen Preis festlegen, inklusive Zustand und Marke. Möchtet ihr eure eigenen Produkte verkaufen, könnt ihr das natürlich mit einem kostenlosen Konto tun, unter Neues Inserat erstellen. Und hier müsst ihr dann auswählen, habt ihr einen Verkaufsartikel, habt ihr ein Fahrzeug zum Verkaufen oder habt ihr hier eine Immobilie zu verkaufen beziehungsweise zu vermieten. In meinem Fall habe ich einen Verkaufsartikel. Hier natürlich ein paar schöne Produktbilder einfügen, dann hier unten noch einen Titel schreiben. Also hier einfach mal den Namen des Produktes eintragen und da würde ich euch wirklich empfehlen. Achtet auch wirklich auf die SEO-Optimierung. Also tut da einfach statt das Wort Handy nochmal das Wort Smartphone mit aufnehmen, weil da suchen natürlich auch die Leute danach. Und wenn ihr in eurem Titel nur Handy stehen habt, dann können die Leute euch unter dem Begriff Smartphone nicht finden. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen, dass ihr immer wieder dort Synonyme eintragt und einfach noch so ein paar Angaben, nach denen die Leute auch wirklich suchen. Genau das Gleiche gilt auch für die Beschreibung. Also hier der Titel und die Beschreibung sind sehr, sehr wichtig, was das Thema Suchoptimierung angeht. Dann bei dem Preis. Sollte klar sein, legt ihr einen Preis fest. Hier wählt ihr eine Kategorie für euer Produkt einmal aus. Und dann hier unten bei dem Zustand könnt ihr auswählen, ist das ein neues Produkt oder ein gebrauchtes. Je nachdem, in welchem Zustand gebraucht. Habt ihr das dann alles hier soweit ausgefüllt. Wählt ihr hier noch euren Standort aus und klickt daraufhin hier unten links auf Veröffentlichen. Möglichkeit Nummer 2. Facebook Live. Und Facebook Live ist für Live Streaming. Und falls ihr nicht wisst, was Live Streaming ist, einfach erklärt, das ist eine Live-Übertragung von einer gewissen Person. Das heißt, ich könnte auch theoretisch hergehen, einen Stream auf Facebook Live anschmeißen und Leute können mir dann dafür Geld spenden, dass ich diese unterhalte. Und nein, keine Sorge, ihr müsst euch natürlich nicht von der Kamera zum Clown machen, sondern ihr könnt zum Beispiel ein Spiel spielen und euch mit den Leuten unterhalten. Ihr könnt mit den Leuten auch einfach nur reden, ohne etwas zu spielen. Also ihr könnt damit den kuriosesten Sachen Geld verdienen. Es gibt zum Teil Leute, die streamen einfach bei der Arbeit. Zum Beispiel Bauern, die mit ihrem Traktor über das Feld fahren. Und es gibt wirklich Leute, die so etwas anschauen und dieser Person dann auch Geld spenden. Also das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Facebook Live könnt ihr finden links auf der Seite unter dem Reiter Watch. Wenn ich da einmal draufgehe, finde ich hier den Reiter Live. Und hier gibt es jetzt viele verschiedene Streamer, denen ich jetzt hier live zusehen kann. Um dort selber live zu gehen, müsst ihr euch einen Livestream erst mal einrichten. Und das ist gar nicht mal so einfach, muss ich euch ehrlich gestehen. Schaut am besten einfach mal auf YouTube, wenn ihr dort eintragt. Facebook Livestream einrichten, wie das Ganze funktioniert. Da müsst ihr ein bisschen Zeit rein investieren, euch einfach einen schönen Stream einrichten. Und dann könnt ihr auch schon loslegen, mit Facebook Live euer erstes Geld zu verdienen. Und ja, keine Sorge, es ist völlig kostenlos, sich sowas einzurichten. Also die Software, die ihr dafür benötigt, kostet euch keinen einzigen Cent. Und zum Schluss kommt jetzt natürlich das Beste mit der Möglichkeit Nummer 3, Facebook Gruppen. Und mit Facebook Gruppen an sich könnt ihr jetzt nicht unbedingt auf Facebook Geld verdienen. Aber es gibt da so die ein oder andere Strategie, wie man mit Facebook Gruppen Geld verdienen kann. Wenn wir links auf der Seite auf Gruppen draufklicken, dann kann ich jetzt hier nach gewissen Gruppen suchen. Also gehe mir jetzt einfach mal davon aus, dass ich YouTuber bin und ich mich für das Thema interessiere. Dann kann ich jetzt hier einfach mal YouTube Germany, YouTube Deutsch eingeben und finde rechts auf der Seite viele verschiedene Gruppen. Hier zum Beispiel mit 246 Mitgliedern, 6800, 2300 und so weiter und so fort. Und in diesen Gruppen tauschen sich die Leute so ein bisschen aus. Das bedeutet, ihr müsst da nicht mal eigenen Content bringen, sondern die anderen Leute bringen Content in eure Gruppen. Falls die Leute mal eine Frage zum Thema YouTube haben sollten oder vielleicht auch ein bisschen Werbung für ihren YouTube Channel machen möchten, dann können sie dort in die Gruppen immer wieder reinposten und dadurch habt ihr da natürlich auch keine Arbeit. Nun aber, wie kann ich mit solchen Gruppen Geld verdienen? Es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wenn ich in so eine Gruppe mal reingehe, habe ich die Möglichkeit, wenn eine gewisse Person kommt und sagt, hey, schau mal, ich möchte gerne Logos für die Leute in der Gruppe erstellen für ihren YouTube Channel, dass sie sagt, okay, kannst du gerne machen. Ich kann gerne einen Post für dich machen, diesen Post hier oben hervorheben, wenn du mir jeden Monat 50 Euro bezahlst. Und wenn ihr das dann so macht, bekommt ihr dann jedes Mal 50 Euro rein. Einfach nur dafür, dass ihr hier einen Post setzt von der Person, die solche Logos für andere Personen designt. Und je nachdem natürlich, wie groß eure Gruppe ist, könnt ihr da mal mehr, mal weniger verlangen. Also, wenn ihr jetzt ein paar tausend Leute in eurer Gruppe habt, klar, könnt ihr nicht so viel verlangen. Vielleicht sage ich jetzt einfach mal 50 bis 100 Euro pro Monat, würde ich mal so ungefähr sagen. Pokert aber gerne ein bisschen höher, das ist gar kein Problem. Ihr könnt einfach mal schauen, was die Leute sagen. Und wenn sie damit nicht einverstanden sind, könnt ihr natürlich mit dem Preis noch etwas weiter runtergehen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich ein kleines Shoutout. Also gerade in so YouTuber-Gruppen könnte man vielleicht einführen, dass den Leuten ihr YouTube Channel immer weit oben gepostet wird. Zum Beispiel, sagen wir einfach mal, für einen Tag kostet das Ganze 10, 20 Euro. Und wenn die Person das dann reinkauft, dann wird ihr Channel für einen ganzen Tag lang hier etwas weiter oben erscheinen. Und das ist dann so ein kleiner Shoutout, kommt natürlich auch immer wieder darauf an, wie viele Teilnehmer ihr in dieser Gruppe habt. Da könnt ihr mal mehr oder mal weniger verlangen. Sonst, eine andere ganz gute Strategie ist folgende. Ihr arbeitet mit Affiliate Marketing. Das heißt, ihr könnt jetzt hier von Amazon Partnernet gewisse Produkte euch raussuchen, dazu Links erstellen. Und diese Links könnt ihr dann in die Gruppen posten und zum Beispiel sagen, Hey, schau mal, hier hast du ein perfektes Mikrofon für deinen YouTube Channel. Dadurch müssen die Leute gar nicht mehr suchen, kommen in die Gruppe rein, werden dort immer bestens informiert, sind mit dem besten Equipment ausgestattet und sie sind euch dann natürlich auch dankbar, wenn sie auf diesen Link draufgehen und euch dort eine kleine Provision durch ihren Einkauf dalassen. Sonst, eine andere Möglichkeit, gerade für Affiliate Links, ist hier die Seite Digistore24. Packe ich euch natürlich auch gerne mal unten in die Beschreibung rein. Und je nachdem, in welcher Kategorie ihr unterwegs seid, gehen wir jetzt einfach mal davon aus YouTube. Dann gehe ich hier auf die Kategorie Computer und Internet, gebe ich hier einfach mal bei dem Produktname YouTube ein. Wie man sieht, bekomme ich hier ein Affiliate Produkt und das ist zum Thema Online Geld verdienen. Also hier wird einem einfach gezeigt, wie man mit YouTube Geld verdienen kann. Und dafür würde ich jetzt hier, wenn ich diesen Link teilen würde und jemand sich über diesen Link dieses Produkt kauft, in diesem Fall 9,78 Euro bekommen. Und das könnt ihr natürlich mit vielen verschiedenen anderen Produkten machen. Also ich könnte hier auch auf Social Media draufgehen, könnte ich hier einfach mal nach YouTube suchen. Und da werde ich sicherlich auch was finden. Genau hier zum Beispiel gibt es ein paar Videoideen für TikTok, Reels und YouTube Shorts. Könnte man auch theoretisch in der Gruppe verbreiten. Oder das hier unten, wie man hier mit seinem Content Geld verdienen kann. Gibt sogar ein Verdienst hier von 54,73 Euro. Tostet aber hier unten, wie man sehen kann, im Verkaufspreis 112,10 Euro. Und eure Provision ist dann in diesem Fall hier 25%. Hierbei vielleicht einen kleinen Tipp. Natürlich lässt sich nicht mit jeder Facebook-Gruppe Geld verdienen. Also ich würde schon schauen, dass ich vielleicht zum Beispiel eine Twitch-Facebook-Gruppe erstelle oder eine YouTube-Facebook-Gruppe. Also irgendwas, was aktuell im Trend ist, wo die Leute sich selber so ein bisschen unterhalten mit eigenen Posts und natürlich auch für euch Content produzieren. Also man muss einfach so ein bisschen gucken, auch wenn man Werbung macht, dass man vielleicht diese Gruppe in Social-Media-Beiträgen postet. Dass wenn man vielleicht einen YouTube-Kanal hat, diese Facebook-Gruppe einfach mal erwähnt. Oder auch zum Beispiel in anderen Facebook-Gruppen für seine Facebook-Gruppe Werbung machen. Und dafür würde ich euch wirklich empfehlen, schreibt einfach mal die Admins an. Fragt, ob ihr eure Facebook-Gruppe dort auch teilen könnt. Und dann habt ihr natürlich den Jackpot, weil wenn ihr zum Beispiel eine YouTube-Facebook-Gruppe aufmachen möchtet und ihr postet das Ganze in so einer Gruppe, wo die Leute auch wirklich Interesse daran haben. Dann werden sie natürlich auch höchstwahrscheinlich eurer Gruppe beitreten. Und ja, am Anfang müsst ihr vielleicht so ein kleines bisschen Content machen. Einfach, dass die Gruppe so ein bisschen ins Laufen kommt. Nicht, dass da mal einer eine Frage stellt. Er bekommt keine Antwort, weil kaum Mitglieder in dieser Gruppe sind. Und er sich dann denkt, ja gut, dann kann ich ja aus der Gruppe rausgehen. Deswegen vielleicht probieren am Anfang noch so ein bisschen mitzuhelfen. Dann, wenn ihr eure ersten 100 Mitglieder habt, dann werden sie sich auch gegenseitig so ein bisschen helfen. Da müsst ihr auch nichts mehr tun, außer gewisse Affiliate-Links posten, Dienstleistungen oder auch zum Beispiel YouTube-Kanäle gegen Bezahlung. Hier auf der Seite erfährst du jetzt noch, wie du mit einem einzigen Lead 260 Dollar verdienen kannst. Danke und ciao, ciao.